Herzlich willkommen zur Talk24 am 25. Februar. Wegen des Lieferengpasses bei Tamoxifen wurden nun erste ausländische Präparate für den Notimport zugelassen. Weiterhin gilt, Apotheken dürfen sich nicht bevorraten. Solange der Lieferengpass besteht, müssen alle Rezepte kopiert, anonymisiert und als Beleg aufbewahrt werden. Mit dem Corona-Impfstoff von Valneva könnte bald eine weitere Alternative vorliegen. Anders als beim proteinbasierten Impfstoff von Novavax basiert das Vakzin von Valneva tatsächlich auf einem abgetöteten Vollvirus. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft derzeit im rollierenden Verfahren. Ein mögliches Zulassungsdatum rückt daher näher. Seit dem 1. Februar gelten neue AOK-Rabattverträge. Das führt beim Wirkstoff Metamizol zu Problemen in den Apotheken. Hier erfolgte ein Wechsel von Novamin-Sophon-Lichtenstein auf Metamizol-Zentiva. Beide Präparate stammen zwar vom selben Hersteller, sind aufgrund ihrer unterschiedlichen PZN aber nicht austauschbar. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach prüft die Massendeals seines Vorgängers Jens Spahn. Auf Nachfrage von Apotheker Talk sagte Lauterbach heute in der Bundespressekonferenz, die Materie sei sehr komplex. Er sei selbst überrascht gewesen, wie groß die Beschaffungsschwierigkeiten damals gewesen seien und wie viele Vergleichsverfahren anhängig seien. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017